Musik Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich bin Sylvie Rasch, auch Crazy Sylvie genannt. Und vielleicht kennst du mich von Büchern wie Kopfsache, Crazy Kopf und Kragen oder auch Facebook, YouTube, irgendwelchen anderen Fernsehsendungen. Ich bin hier, weil ich dir gerne zeigen möchte, wie man nuckt. Was ist Nukking? Nukking ist eine neue Technik, die Stricken und Häkeln miteinander verbindet. Es ist quasi Stricken mit der Häkelnadel. Super für alle Leute, die gern eine Nadel in der Hand halten, weil sie häkeln. Super für Leute, die noch nie irgendwas gemacht haben und anfangen möchten. Und auch für Menschen, die gern stricken wollen, aber mit zwei Nadeln nichts anfangen können. Und wer strickt, kann es ruhig auch mal ausprobieren. Das ist nämlich gar nicht so unangenehm. So, ich zeige dir in diesem Kurs rechte Maschen in Reihen, linke Maschen in Reihen, rechte Maschen in Runden, linke Maschen in Runden. Wie man zwei Maschen zusammennuckt. Einmal rechts gerichtet, einmal links gerichtet. Umschläge, Abnahmen, Zunahmen und ganz, ganz viel mehr. Natürlich, wie du anfängst und wie du aufhörst. Jetzt fragst du dich sicherlich, was du dafür können musst. Nichts weiter außer einer Häkelnadel festhalten. Den Rest bringe ich dir komplett alles bei. Und ich wäre ja nicht crazy silvie, wenn es nicht noch ein Modell dazu gäbe. Und weil ich einfach viel zu viel Lust auf diesen Kurs hatte und auch viel zu viele Ideen, gibt es gleich zwei Modelle. Und zwar eins, hier sehr schön in Rot zu sehen für ganz blutige Einsteiger. Da sind die einfachsten Maschenarten dabei. Und wer schon ein bisschen fortgeschrittener ist und die ersten Maschen gelernt hat, der kann auch eine Mütze mit ein bisschen mehr Muster und dem passenden Schal dazu machen. Kriegst du alles in diesem Kurs beigebracht. Machen wir auch alles zusammen, Schritt für Schritt. Was du an Material dafür zu Hause brauchst, ist einfach nur eine Schere und eine Nadel zum Vernähen. Alles andere kannst du hier in der passenden Makerist Box mit bestellen. Da ist sowohl Wolle als auch Nadeln mit dabei. Und mich gibt es nur in dem Kurs, den du natürlich hoffentlich jetzt buchst. Das ist sowohl Wolle als auch Nadeln mit dabei.